mein vorschlag weil ich denke mal das cockpit wird jetzt wirklich das letzte sein wir stellen alle drei sachen her und dann müssen wir noch mal in den vulkanbereich ich glaube wir mobsen unserem zyklopen einfach das modul und gehen wieder zurück das ist am einfachsten so weil es wird nämlich sehr schwierig sein es an diesem großen vieh vorbeizukommen einmal das titan für die plaststallbarren wenn wir es hoffentlich noch haben perfekt so die haben wir dann das emalierte glas und den computer chip das emalierte glas war ja glaube ich das glas aus zweimal quats und dann noch zusätzlich genau pirscher ich pack mal die anderen materialien weg damit wir die hände frei haben ach so viele sind es ja auch nicht so zweimal quats und hatten wir die hier drin ja ich glaube ich pierce mich von hinten ran ich gehe gar nicht durch das vulkan gebiet ach komm natürlich jetzt auch eben raus damit alles seine ordnung hat das was wir brauchen packen wir hier rein und dann schauen wir mal eben was noch mal der computer chip rauch kupferdraht und zweitisch korallen so kupfer brauchen wir noch ein bitte lass uns noch einen haben ja und noch die tisch korallen die gott sei dank noch hier sind und dann würde ich gleich schon fast sagen fahren wir mit der motto einmal hintenrum wieder ins biome rein weil da sind wir schneller beim zykloppen das ist doch ein guter plan so energiezellen haben wir auch noch genug fehlt nur noch einmal wieder voll essen und trinken sollten wir wieder mitnehmen dann wird einmal gespeichert warte mal in welche richtung ging das biome noch mal habe ich das ausgemacht so ich mache das jetzt mal aus und den jetzt haben wir eigentlich nur noch die biome boje an und die ist in die richtung vorher sollte ich event was wie soll ich mir denn weh getan das verstehe ich manchmal nicht egal der eine stritzel der da jetzt fehlt der sollte uns nicht daran hindern ein letztes mal durch diese gebiete zu fahren einmal noch mal richtig genießen man werde ich die vermissen und auf dem weg können wir wieder ein bisschen nach zeitkapseln ausschau halten wobei ich gar nicht weiß ob die immer so an bestimmten points of interest liegen oder einfach wahllos also dass sie quasi immer an irgendwie solchen fundstellen liegen aber ich glaube nicht so ganz und ich finde das ist echt cool wenn man weiß, dass hier überall irgendwo die Eingänge sind. Könnte ja schon mal mein Schockmodul startklamachen. Das ist ja jetzt zum Beispiel auch das Gute, da man weiß, dass der Dicke da jetzt in der letzten Phase, in dem letzten Raum anscheinend bleibt, dass man von mehreren Seiten rein kann. Weil ich glaube nicht, dass wir da lebend rauskommen würden. Wahrscheinlich schon, aber es wäre sehr aufwendig. Hier haben wir schon wieder so ein Ei. So. Da ist die Öffnung, glaube ich. Nee. Doch. Wir sind wieder so weit. Na, haben wir hier vielleicht eine Kapsel? Ganz zu Anfang. Wir müssen uns noch einmal an dem Deviathan vorbeischleichen. Oder eher gesagt, zweimal den Rückweg natürlich auch. Ach ja, wir müssen ja an unsere 900 Meter denken. Nicht, dass ich jetzt hier so schön nach Kapseln suche und dann auf einmal... Warning. Oh, da hinten ist er. Nee, nee. 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 Ich bin gar nicht da. Der hört sich. Okay, das war, glaube ich, der andere. Oh nein, das war der 58. Hallo, wir müssen hier weg. Der hat uns geschnappt. Das war nicht so ein Kleiner. Der zieht nicht die Hälfte von dem Schild ab, ey. Heftig. Wir stellen uns gleich eben mal hin und reparieren uns. Und zwar genau hier. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon echt gespannt, weil es gibt ja schon Subnautica Below Zero im Early Access. Und ich bin echt mal gespannt, was sie da für eine Story einbauen werden. Ich hoffe, eine genauso spannende. Natürlich freue ich mich auch, da alles erkunden zu können, weil die ja garantiert auch neue Kreaturen und so weiter damit einbauen. Aber wie gesagt, das werde ich erst spielen, wenn es aus der Early-Phase raus ist, weil es muss erst mal ein anderes Thema bei mir mit auf dem Kanal, weil wenn es nachher nur noch Subnautica gibt, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel auf einmal. Darum mache ich da lieber eine kleine Pause. Aber ich habe große Erwartungen, ne? Ich hoffe, die werden nicht enttäuscht. Ich denke mal, das erste wird sowieso immer das Beste sein. Ah, meine Nase. Mensch, der Weg ist doch wesentlich angenehmer als der andere. Auch wenn er vielleicht... Nee, länger würde ich nicht sagen. Weil wir hätten uns da ja erstmal komplett rauskämpfen müssen. Dann würde ich mal sagen, warten wir hier einfach. Ja, ein paar Meter höher warten wir. Äh. Okay, auf geht's. Wieder an den Warpern vorbei. Warte mal, ich glaube, die anderen Flossen habe ich gar nicht mit. Sonst hätte ich die jetzt eben umgetauscht, damit wir schneller sind. Und zack, ist sofort ein anderer Flair da. Düster. Im Rotlichtviertel. Mach deine Funzel aus. Ich hoffe, er lebt noch. Ja, da ist er. Und sogar larvenfrei. Ich glaube es ja nicht. Ja, die Maschine ist aus. Dankeschön. Okay. So, dann klauen wir uns doch mal den Schildgenerator. Und machen das Licht wieder aus. Und sind auch schon... Ach, Moment. Momentchen. Wenn wir schon mal hier sind, dann... haben wir hier bestimmt auch noch normales Wasser. Und das. Wir wollen ja hier nicht hungrig abdanken. Haben wir vielleicht noch irgendwelche Materialien, die ich mit rübernehmen kann? hatten wir hier nicht schon irgendwas abgelagert? Hier, Kyanid. Falls wir es gleich noch mal brauchen. Und Nickel. Und noch ein bisschen Kupfer. Jetzt können wir gehen. Äh, in welche Richtung? In die. Das ging doch eigentlich relativ fix. Alle lassen mich schön in Ruhe hier. Nicht zum Ende des Spiels. Nein. Ich werde euch nicht vermissen, ihr blöden Warper. Ich hoffe, die werden nicht in Below Zero dabei sein oder eine andere Art. Okay. Äh. Ja doch, da lang. Eigentlich hätte man auch hier seine Base aufschlagen können, ne? immer schöne Aussicht. Wobei ich sagen muss, Tageslicht gefällt mir wesentlich besser. diese mystische Musik. Die ist einfach wunderschön. Ich weiß noch, wo das erste Mal irgendwie so Schreie dabei waren in der Musik, ey. Wie verpeilt ich war und dachte so, hä, was kommt denn jetzt? Wer schreit? Wer redet mit mir? Muss ich jetzt da durch? Ich hoffe. Ich glaube, das ist der andere Ausgang, aber das ist mir jetzt auch egal. Huch. So. Yep. Das ist der andere Ausgang. Irgendwie. Glaube ich. So ein großes Höhlensystem, da kann man sich nur verirren. Das war unser erstes großes Fossil, was wir entdeckt haben. War das damals auch schon so blau? Ich will nicht. Warte mal, muss ich jetzt da lang? Oder da? Ich weiß es nicht. Von da kommen wir. Ja, komm, wir fahren jetzt mal hier lang. Nee, Moment. Hier ist dicht, ne? Nee. Ja, das müsste der Weg sein, wo wir in die... Ja, in die Höhle mit den Kalmanen kommen. In meine erste Schockhöhle. Schockhöhle. Nein. Wie selten... Nein. Wie selten man die doch am Anfang getroffen hat. So ganz am Anfang von Weitem. Was blitzt denn da? Einmal rausgeholt und immer noch nicht gewusst, was es ist. Nein. Du weißt, was ich vorhabe, aber du erwischst mich nicht. So. Einmal wieder gerade stellen und gucken da lang. Ich dachte gerade, ich fahre wieder runter. Manchmal ist die Optik so komisch, aber wir fahren geradeaus. Oder ich kann mich noch erinnern, als wir die Öffnung der Aurora gesucht haben. Da habe ich mich einmal so verjagt, als ich selber mit der Motte gegen irgendein Ende von der Aurora gefahren bin. Weil ich dachte, der Leviathan ist da schon wieder. Das ist echt so jufel manchmal. Oder wie man sich auch vor den kleinen Viechern erschreckt, wenn du dich teilweise beim Beißer oder so, wenn er dich auf einmal anfällt. Das sind so die lustigen kleinen Schreckmomente, sag ich mal. Also ich kann es euch wirklich nur weiterempfehlen. Ich glaube, das wisst ihr auch mittlerweile. Man hat ja, denke ich mal, mitbekommen, dass mir das Spiel sehr viel Freude bereitet. So. Da haben wir die Raketenbase. Und dann holen wir jetzt mal unsere Materialien. Habe ich mir ja doch noch den besten Weg ausgesucht. War ja doch ganz entspannt. Ach so. Ja, ich habe ja noch was mitgebracht. Hey. So, falls wir den Spielstand weiterspielen können, haben wir hier wieder ein bisschen drin. So, das Ding können wir hier auch ablegen. Ich habe doch nichts in der Hand. Spinn. Spinn nicht rum. So, den brauchen wir auch nicht. Und die packe ich jetzt alle noch unter. Nicht, dass ich nachher alles hier mitnehme. mitnehme. Komm, packen wir mal vorsichtshalber. Ah, den will ich lieber behalten. Dann müssen wir nicht allzu viel neu bauen. je nachdem. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob man es noch weiterspielen kann. So. wir haben den Computerchip, wir haben die Plaststörberin, das emalierte Glas und wir haben den Schildgenerator. und wir haben Nacht. Sollen wir vielleicht ein bisschen warten? Komm, ich fange mir noch einen Fisch. Nacht ist doof. Wenn, wollen wir auch sehen, was passiert. Drehst du dich wohl um? Ein letzter Club-Skifang. Ich weiß, ihr lacht nicht gleich aus, wenn es immer nur nicht das letzte Teil ist, aber ich glaube, da passt nicht viel mehr drauf. Herrlich. Komm, Sonne, geh auf. Wir können ja mal gucken, ob da noch irgendwas auf der Base drauf ist. Auf der anderen Seite. Da haben wir so noch gar nicht geguckt, ne? Ach, das ist dann zum Hochfahren. Aufzug aktivieren. Upp. Ne, lieber nicht. Nachher funktioniert der nur einmal. Mal. So, im Morgengrauen wäre doch sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Technik, die begeistert. Jeder weiß Bescheid. müssen ja alles mal ausprobiert haben. Oh, du siehst aber schön aus. Du darfst aber auch gerne verschwinden. Wie oft drehst du dich eigentlich pro Nacht hier? Bruder? Das Ding qualmt ja schon. Das ist Betrug. Ach, warte mal. Habe ich immer Blutmond gesagt? Das ist doch einfach nur ein anderer Planet. Das ist ja der Mond. Oh. Ja, egal. Komm, wir bauen das jetzt. Sieht der Mond daneben nicht so schön aus? nicht so nicht schön aus? Was? Okay. Okay. Dramatische Musik. Du bist ja fast größer als die Aurora. Nee, okay. Nicht ganz. Die Neptun ist bereit. Wir sind auch bereit. Ich hoffe, ihr auch. Die Sonne geht auf. Wie geil ist das denn? Ein letzter Sonnenaufgang. Hinter der komischen Wolke da hinten. Was das wohl ist? So, was haben wir denn jetzt hier? Aufzug rufen? Okay. No, ja, okay. Wir gehen jetzt. Äh. Ernsthaft? Wirklich? Ich muss hier noch Schalter betätigen? Ich muss hier noch Schalter betätigen. Lebenserhaltungssystem aktivieren Zeitkapsel? Wir können auch eine machen Was für ein Bild nehmen wir? Das soll ja auch nicht wirklich spoilern Kann ich mir die vorher angucken? Ja Natürlich habe ich mal so, mal so welche gemacht Na, das spoilert das auch Das auch ein bisschen Oder haben wir irgendwo noch Moment Ne, das spoilert auch alles Mist, wir haben Klopsi gar nicht hier im Spiel Ne, schade Dann würde ich doch schon fast sagen Wir nehmen unseren Motifanten Und ich schreibe einfach mal Was schreibe ich denn? Was? Status 1 von 3? Ach, wir können 3 Stück schicken Ich werde meinen kleinen Motifanten sehr vermissen Er war mein Lieblingsfahrzeug In diesem Spiel Ich hoffe, du hast auch so viel Spaß beim Erkunden Okay Achso, wir können auch noch was reinpacken Machen wir mal so ein Das ist doch cool, oder? Machen wir so Machen wir so zwei Superwasser Normales Die Thermalklinge Und zwei Medikits Das ist doch sehr hilfreich Perfekt Das ist unsere Zeitkapsel Ahoi Brause Äh, ja Fertig Nein Nein Nicht ein anderes Bild Oh, da Auswählen Auswählen Fertig Fertig Bereit Das heißt, vorbereiten Wie kann ich die denn abschießen? Boardcomputer starten Aber wo kann ich denn? Okay, Errungenschaft freigeschaltet Hinterlasse nichts als eine Zeitkapsel Ready to launch on your command, Captain Launch in 10 9 8 7 6 5 4 2 1 Time capsule jettisoned Check Caution Approaching orbital Debris Field Orbital Debris Field Clear Performing gravity turn maneuver Confirm destination coordinates Nearest interstellar phase gate Engaging ion boosters in 3 2 1 1 What is a wave without the ocean? A beginning without an end? They are different But they go together Now you go among the stars And I fall among the sand We are different But we go together 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 Wow Na, na, bin ich, ja, ich bin, ähm, Weg. Wo ist meine Maus? Maus? Ich habe keine Maus, aber die Namen, die gehen ja auch noch über mich drüber, ne? Ja. Cooles Ende. Cool, dass wir entkommen konnten. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn wir vorher das Raketenabwehrsystem nicht ausgemacht hätten, dass wir dann eventuell nicht von der Insel gekommen wären. Ob wir das überlebt hätten, wäre die andere Frage gewesen. Vielleicht hätten wir auch einfach die Rakete neu bauen müssen. Aber heftig. Ich habe noch, nein, noch nie ganz sicher, ich habe schon lange, schon sehr lange nicht so ein gutes Spiel gespielt. Und vor allem, es ist mein erstes Survival-Game. Das sagt schon einiges aus. Und was ich gerade damit jetzt da rein starte, da muss ich natürlich Angst haben, dass ich bei anderen eventuell ein bisschen enttäuscht werde. Ich hoffe, es wird nicht so sein. Aber wir werden es ja sehen. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mitkriege, ob einer meine Zeitkapsel findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao mit V. 1 Trillion? Na, da reden wir ein anderes Mal drüber. Ciao. Ciao. Ciao.